Jo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge der Tag eines Simons. Das ist jetzt mittlerweile schon die 47. Folge. Ich bin gerade aufgestanden. Es ist gerade mal 9 Uhr und ich muss mich jetzt auch ziemlich schicken. Ich muss noch meine Sablemente nehmen, denn dann geht's mit dem Koch ins Training. Rücken wird geballert und Bizeps natürlich. Wir sehen uns gleich, Freunde. Und dann geht's ab zum Koch. Peace, peace. So, ich muss noch die Katzen füttern, die hier schon so sehnsüchtig auf ihr Fressen warten. Da mein Vater im Urlaub ist, das sind nicht unsere Katzen, das sind Streunerkatzen vom Sägewerk drüben. Aber mein Vater füttert die immer, jetzt haut sie ab oder was ist los? Box, keine Angst haben, ich geb dir schon dein Fressen. Keine Sorge. So. Du siehst aus, als hättest du richtig großen Hunger, ey. Gönn dir, mein Freund. Das ist übrigens der Werner. Jo, Werner. Komm, hol deinen Fressen. Der hat so Schiss, der kommt nur rein, wenn ich zumach wieder. Der schaut schon ziemlich zuzaust aus. Tschüss. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Werner. Peace, peace. Ich verstehe da meinen Vater nicht. Das sind nicht mal unsere Katzen und er kauft das allerteuerste Katzenfutter. Ich glaube, Schäber oder Viskas oder so kauft er. Das würde ich nicht mal für meine eigenen Katzen kaufen. Ich glaube, 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 ich glaube Musik Mal gucken, ob ihr mal her schaust. Ja, du schon gesehen. Hi Koch. Hi. Hast du das Strongman-Video schon gesehen? Nur die Hälfte. Dann muss ich wieder arbeiten. Echt jetzt? Ja. Wie war die Arbeit? Ja, ging. Du musst halt auch arbeiten, oder? Ja. Hast du den anderen da oben gesehen mit einem Adidas-Pullover, der sich selber kämpft? Was? Direkt da. Vielleicht läuft es vorbei. Da war einer mit so einem Adidas-Pullover. Ja. Und der war auch ein Gestalt. Echt? Echt jetzt? Alter. Nee, hab ich nicht gesehen. Wir haben es nach 18 Uhr. Dann bist du auch aufgereift gekommen. Wollen wir einen Booster nehmen? Ja, kann man schon machen. Aber ich hab vielleicht was Neues. Was hast du? Ich hab solche Kapseln. Hat ich auch schon mal. Ich find dich nicht so gut. Nicht? Nee, das sind Guarana-Kapseln. Also die sind so ähnlich wie Koffeintabletten. Was nimmst du heute für einen Booster? Ich weiß noch nicht. Vielleicht alles wird reich. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Und Simon, was nimmst du jetzt da? Einmal eine Guarana-Cap von ESN. Und drei AAKG. Das ist für den Pump. So. Auf geht's. Aber Simon, das ist doch viel zu schwer, die ein Kilo handeln. Und dann macht ihr so Hammercurls mit einem Kilo. Das ist mein Geheimtrick für dicke Arme. So, passt auf. Was ist jetzt, wenn ich ein Kilo nicht schaff? Ja, wenn du ein Kilo nicht schaffst. Soll ich da dann ein Salami nehmen und soll machen? Dann kannst du dich einfach vergraben gehen, Alter. Was nimmst du jetzt? Ich nehme jetzt die Kapsel für den Pump. Und du auch schon genommen hast. Drei Stück. Ja, das sind ja eher Tabletten. Aber die sind ziemlich groß. Musst du aufpassen, dass du dich nicht verschluckst. Nee, ich hab wahrscheinlich einen Griff. Okay. Hoffe ich. Dann zeig mal. Wie war's? Ja, kann ich ohne Wasser nichts mehr aufnehmen. Ist gut, ne? Ja. Jetzt sind wir ja nicht mehr teuer. Ich glaube 10 Euro oder so die ganze Packung. So und jetzt, was nimmst du jetzt? Dann müssen wir mal die Tasche schauen. Genau, ich hab mir einen Booster vorbereitet. Was sind das für Booster? Das ist ein Scoop Alpha Drive und ein halbes Scoop Kellett. Okay. Und einen guten Ritz-Pierner. Ja, der leider verstorben ist. Ja, leider. So, dann können wir mal rein. Ex oder was? Schaut euch diesen Bizeps an. Und wie schmeckt das? Ja, schmeckt richtig geil. Echt? Ja. Echt jetzt? Der schmeckt richtig geil. Okay. Okay. Welcher ist das, wo das so gut erschmeckt von den beiden? Das macht ja den Geschmack von den beiden zusammen, wo so geil wird. Ah, also Alpha Drive und Kille zusammen. Genau. Und Kille zusammen nehmen. Gibt einen guten Geschmack. Gibt einen richtig geilen Geschmack. Okay, freut mich. Wir gehen jetzt trainieren, oder? Wir gehen jetzt trainieren. Sehr gut. Was trainieren wir heute Rücken? Und? Und Bizeps vor allem. Ja. Weil ihr müsst viel mehr Bizeps trainieren. Lieber mein Beintraining weglassen. Und eigene Bizeps trainieren. Okay. Das ist der Rat vom Koch. Beintraining skippen und am liebsten immer nur Bizeps ballern. Bizeps mehr ballern. Okay, gut. Und auch demanden. Malik mit Zweig zu werden. また, weitere Behörden. Benたい, schon mal. So, Training ist durch, Freunde. War richtig cool mit dem Koch, den Bizeps geballert. Ich trinke jetzt gleich meinen Shake und dann geht es für mich ab zum Friseur. Ich zeige euch mal den übelst krassen Trick. 3, 2, 1, BOOM! Ich fühle mich wie neu geboren, Alter. Ohne Witz. Das ist der Hammer. Ich muss öfters zum Friseur. Irgendwann sieht das so scheiße aus. Ja, Leute, ich habe mich jetzt dazu entschieden, noch ein bisschen Cardio zu machen. Beziehungsweise gehe ich ganz einfach Pokémon Go spielen. Das ist für mich das einfachste Cardio. Ich laufe da einfach rum und mir ist gar nicht bewusst, dass ich mich so viel bewege, weil ich auch Spaß an der Sache habe. Ihr könnt Pokémon Go verteufeln, ihr könnt es lieben, ihr könnt es auch einfach neutral sehen. Ich finde es cool, macht Spaß. Und ja, wir sehen uns später. So, Freunde, ich bin jetzt daheim und werde mir was Kleines gönnen. Es ist jetzt mittlerweile schon, ich glaube, halb vier oder so. Ähm, ich schaue, dass ich viel Protein reinkriege. Es gibt einmal so eine Hähnchenbrust, dann so einen Hähnchenkassler, den finde ich richtig gut, gibt es bei Netto. Dann esse ich noch eine Gurke, das Ganze mit Senf und ein paar Hirse-Reiswaffeln. Guten! So, das waren jetzt insgesamt 504 Kalorien. Ich habe vier Reiswaffeln gegessen, Hähnchenbrust, Hähnchenkassler, Salatgurke und Senf. Ziemlich viel Senf. Ja. 11 Gramm Fett, 30 Gramm Kohlenhydrate und 66 Gramm Eiweiß. Da werde ich jetzt gleich nochmal einen Shake noch mit eintracken von heute Mittag. So, Leute, da bin ich mal wieder. Es ist jetzt schon mega viel Zeit vergangen. Ich war jetzt ungefähr dreieinhalb Stunden an dem Video, an dem letzten Video gesessen. Ich habe mir da mal wieder richtig, richtig viel Mühe gegeben. Der Trainingsausschnitt, der dauert immer richtig lang zu schneiden. Jetzt gibt es für mich auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit zum Abend. Was heißt eine Kleinigkeit? Ich esse auf jeden Fall noch 500 Gramm Magerquark. Ich werde euch jetzt mal zwei richtig gute Tricks zeigen, Leute. Der erste Trick ist, dass ihr unten in die Magerquark-Verpackung so einen Ritz reinschneidet mit einem Messer. Dann geht der so easy raus. Also hier ist fast alles draußen. Ich musste einfach nur so machen. Ich habe es zwar gerade schon aufgenommen gehabt, aber die Aufnahme hat irgendwie nicht funktioniert. So, und der zweite Trick ist, in den Magerquark ein bisschen kaltes Wasser und rüttet dann cremig. Dann kommen noch Flavetrops rein und dann ist das wie ein geiles Joghurt. Ich glaube, vorgestern war es, da habe ich die Flavetrops im Geschmack Peanut Chocolate Bar probiert. Sind richtig lecker. Und heute probiere ich sie mal im Geschmack Blueberry Muffin. Ein Geschmackstest. Schmeckt lecker. Schmeckt wirklich gut. Ich könnte, ohne Witz mit Flavetrops, könnte ich Magerquark echt kiloweise essen. Und Magerquark hat verdammt gute Nährwerte. Und da ich heute so clean gegessen habe und echt noch nicht viel gegessen habe, werde ich jetzt später noch solche Oven Baked Chips essen im Paprika-Geschmack. Die zeige ich euch dann gleich nochmal, wenn ich sie gegessen habe oder wenn ich sie esse. Die haben eigentlich gar nicht mal so schlechte Nährwerte. So, diese Chips hier wurden gerade vernichtet. Nährwerte gehen eigentlich für Chips. 9,4 Gramm Fett auf 100 ist in Ordnung. So Freunde, ich gucke jetzt meine letzte Folge von The Walking Dead Staffel 7. Ist mega spannend gerade. Aber ich möchte jetzt hier an der Stelle das Video beenden. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Über ein Abo und einen Kommentar natürlich auch. Ja und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Oder wann auch immer du das Video gerade schaust. Haut rein Freunde. Peace. Schöne Klopp.